Where you move, make me blind, you will always be there, there is no doubt in my mind, you will always be there, heading out to see you and leave the rest behind, oh, 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 cause you will always be there, oh, 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 cause you will always be the one to hold it. Einen wunderschönen guten Morgen, oder guten Mittag, ja, heute ist der, ups, heute ist der erste Tag von den 10 Daily Vlogs, die jetzt kommen, sozusagen das 100 Abonnenten Special, ja, heute ist Sonntag, der 11.02. und jo, ich fange heute einfach mal an zu filmen, ja, es gibt Neuigkeiten, und zwar die, die mir bei Instagram folgen, wissen das bereits, ähm, dass ich, ups, jetzt, besser, dass unsere Hündin, also die Hündin vom besten Kumpel von meinem Mann, ähm, schwanger, war, und, äh, ja, wir auf die Babys gewartet haben, und wir auch gesagt haben, wir möchten auf jeden Fall einen behalten und so, und ja, so, Freitagabend ging's dann los, äh, da ist die Fruchtblase geplatzt, und, ähm, ja, wir dachten schon, okay, jetzt wird's die Nacht losgehen, ähm, und war dann mehr oder weniger auch so, und Gerobbe, was ja der Besitzer von der Hündin ist, also Mäuschen, ähm, ist dann auch die ganze Nacht munter geblieben, und, äh, ist dann aber trotzdem früh um 5 irgendwann mal eingeschlafen, und wo er dann aufgewacht ist, halb 8, ähm, oder kurz vor 8, besser gesagt, ja, äh, da, es klingt jetzt krass, also für alle, die das jetzt nicht so vertragen können, ähm, ja, er wacht auf und sieht nur noch, wie Mäuschen gerade einen Welpen frisst, ähm, das ist aber, also, der war tot, definitiv, und, äh, ich hatte auch zwischendurch dann über den Tag verteilt beim Arzt dann gerufen, beim Tierarzt, und der meinte, es ist ein normales Verhalten von unten, wenn die totgeboten haben, dass sie die Welpen essen. Ist natürlich echt ein Bild, was keiner sehen will, und was man sich auch echt nicht vorstellen will, aber, ja, ist die Natur, ähm, die das so vorgesehen hat, ja, und wir haben uns natürlich schon gedacht, ach Mist, und so, und er hat mir auch früh dann gleich eine Nachricht geschrieben, ja, die hat den ersten Welpen aufgefressen, und ich so, was, und so, ich sang gleich runter mit meinem Mann, und auch der Kleine dann erstmal mit, aber wir haben den Kleinen natürlich jetzt nicht da vorgesetzt, oder so, ne, ähm, ja, und dann um 11 kam der nächste, und das gleiche Spiel in grün, um 3 kam dann wieder einer, ähm, was, auch die Abstände waren sehr, sehr lang, also zwischen dem ersten und zweiten, die drei Stunden, okay, da meinte auch der Tierarzt, es ist vollkommen in Ordnung, aber die nächsten kommen dann eigentlich schneller hintereinander, aber so war es nicht. Äh, um 3 kam dann wieder einer, und, ähm, ja, der, da hat man sich bestimmt noch eine halbe Stunde versucht, ihn zu beleben, also wirklich abgeleckt, und von A nach B so ein bisschen immer so, hm, aber wirklich auch ganz vorsichtig und alles, aber war dann nix, und hat ihn am Ende dann doch wieder aufgefressen, und dann kam, dann war der ganze Nachmittag eigentlich ruhig, und, ähm, Nummer 4 kam dann, glaube ich, irgendwann so um 10 oder so abends, und wieder, und wir haben dann, und der Arzt meinte auch schon, okay, ähm, also wenn wirklich, weil die ersten haben meistens die beste Überlebenschance, wenn da die schon tot sind, dann sollten wir uns darauf einstellen, dass der ganze Wurf halt, äh, nicht lebensfähig ist. Und, naja, auf jeden Fall haben wir dann, ähm, ja, uns eigentlich damit so ein bisschen abgefunden, war natürlich ein echt trauriger Tag, und auch diese Bilder, weil man muss ja dann trotzdem auch hingucken, man kann sie ja nicht einfach machen lassen, weil, ähm, ja, man muss natürlich auch gucken, kommen die Plazentas mit raus, und so, ähm, dass da einfach auch ihr nix passiert, und unser Hauptaugenmerk lag dann tatsächlich auch gestern ganzen Tag, dann, ja, wir haben ja noch noch darauf, dass Mäuschen nix passiert, ähm, genau. Ja, und dann sind wir abends irgendwann ins Bett, und dann halb zwei bekamen wir eine Nachricht, einer lebt. Mein Mann runter, ich bin im Bett geblieben beim Kind, äh, wir konnten natürlich den Kleinen jetzt nicht alleine lassen und alles, und, ja, einer lebt. Äh, es grenzt tatsächlich an ein Wunder, also ich hab heute früh dann auch nochmal mit einem Tierarzt telefoniert, wir sind natürlich dann heute früh auch runter und haben mal geguckt und so, ähm, und der Tierarzt meinte auch, also damit hätte ich nicht gerechnet, ähm, ja. Ja, das ist jetzt der Momentstand der Dinge, Mäuschen kümmert sich rührend, also wirklich, äh, lässt ihn trinken, leckt ihn ab, kümmert sich darum, mit diesem Abkoten und so, da lecken ja die Hunde dann, und, ja, wie das halt alles so läuft, und, also, ist wirklich eine ganz, ganz tolle Hundemami, macht das ganz, ganz toll. Wir haben jetzt aber gesagt, und das war auch Tipp vom Tierarzt, ähm, dass wir sie jetzt heute einfach auch einen Tag über komplett noch in Ruhe lassen, weil einfach, ähm, weil Mäuschen ist ja ein Mischling, also ist ja alles mit drin, also ist ein bisschen Boxer mit drin, aber halt auch ein bisschen Pitbull und sowas, also ein bisschen Stafford, also, ja, ähm, Mischling, wie am Buche steht eigentlich, und, äh, dadurch, dass halt auch so ein bisschen, ja, diese Kampfhunde, ich halte davon nicht viel, aber gut, ähm, mit drin sind, und bei Kampfhunden ist es wohl so, ähm, die ersten 24 Stunden sind immer ein bisschen kritisch, ähm, weil, ja, es halt passieren kann, dass die ihre Jungen totbeißen, und, äh, aber im Moment macht Mäuschen da gar keine Anstalten, also überhaupt nicht, ähm, und es ist auch wirklich, also wirklich seit gestern, wir haben es jetzt, glaube ich, um eins, halb zwei rum oder so, und, ja, also es ist jetzt zwölf Stunden rum, ähm, seit der Kleine geboren ist, oder der, die Kleine, wir wissen es noch nicht, wir haben da noch nicht nachgeguckt, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist, weil wir einfach jetzt auch gesagt haben, wir nehmen ihn jetzt noch nicht raus, ich sage immer ihn, sorry, wir nehmen ihn jetzt noch nicht raus und nix, also, ja, ich habe auch, aber wir waren natürlich unten und haben geguckt, und ich habe ein paar Bilder gemacht und ein bisschen was gefilmt, mit dem Handy aber bloß, weil ich halt die Kamera nicht mit hatte, ich blende euch das mal hier mit ein, es ist so süß, es ist so süß, sie sind so süß, es ist so süß, es ist goezie занимails und wir Carrie20, die sind so süß, es ist so süß, es ist so süß, Ja, wir hoffen jetzt einfach, dass es alles gut geht und der Tierarzt meinte auch, er denkt, dass es das gewesen ist. Also es waren jetzt fünf Welpen, das ist relativ wenig eigentlich, auch für die Rasse, meinte er. Aber ja, also solange sie jetzt keine Wehen mehr hat, beziehungsweise halt auch kein Fieber bekommt und keinen grünen Ausfluss irgendwie bekommt, müssen wir uns auch keine Gedanken machen. Wenn das so wäre, sollten wir, weil heute ist ja Sonntag, ja, in die Tierklinik fahren. Aber ja, wenn das jetzt nicht der Fall ist, meint er trotzdem, morgen oder übermorgen dann doch mal zu unserem Tierarzt gehen und das einfach alles abklären lassen. Und das werden wir auch machen. Also ich werde morgen früh erst mal anrufen und der Tierarztin das alles schildern, die ganze Situation, wie das jetzt alles abgelaufen ist. Und dann soll sie es entscheiden, wie wir es machen, ob wir vorbeikommen sollen oder ob sie vorbeikommt oder wie auch immer. Genau, so, aber wir haben jetzt einen Welpen und natürlich bleibt er bei uns. Also wir wollten ja eh einen behalten und ja, wenn jetzt nur einer und ich glaube auch selbst hätten wir keinen behalten wollen, nach der Odyssee hätten wir den behalten. Ja, das ist Stand der Dinge und jetzt habe ich sechseinhalb Minuten geredet, aber das ist halt dieses Wochenende irgendwie so das Ding. Genau, Kröner schläft gerade und ich werde jetzt erst mal irgendwas zu essen machen und dann werden wir weitersehen. Ja, wir haben einen Welpen und der ist so süß. Er ist so süß. Hallo, jetzt. Naja, gut. Wie gesagt, ich mache jetzt was zu essen und dann sehen wir uns, melde ich mich später einfach wieder. Ja, genau. Guckt mal, wer hier auch munter ist. Ne? Und wisst du, was wir jetzt machen? Wir gehen jetzt mal zum Wauwau gucken. Okay, du hast ihn noch gar nicht gesehen, den Babywauwau. Nehmen wir jetzt mal den Wauwau gucken. Ja? Ich habe jetzt erstmal die Kackwinde gewechselt, ne? Du hast gemüffelt wie ein Widerhob. Gemüffelt hast du. Hast du denn eigentlich unseren Zuschauern schon erzählt, wo du letzte Woche warst, mein Schatz? Hast du dir das schon erzählt? Wir waren nicht zum Krabbel-Schnuppernachmittag in der Kita. War das cool? War das cool? Ja, ne? Ja. Wir waren jetzt beim Wauwau. Und was hat die Mama dir erklärt? Wie läuft das jetzt mit dem Wauwau? Hat die Mama dir gesagt, dass du jetzt ein großer Bruder bist? Und dass ihr immer schön gegenseitig aufeinander aufpassen müsst? Ja. Ja, ne? Der wird jetzt ganz lange bei uns sein. Ganz viele Jahre. Wir werden ganz lange mit dem Aufwachsen. Ich sage immer er. Aber wir haben auch, also, wir haben so eine Tendenz zum Jungen übrigens. Also wir haben jetzt mal so ein bisschen versucht reinzuschielen. Ja, so ein bisschen geht die Tendenz zum Jungen. Ja, wollen wir sehen. Ne? Und wenn es ein Junge wird, wie heißt der? Batman. Ja. Also wenn es tatsächlich ein Junge ist, heißt der Batman. Ne? Und du und Batman? Ihr seid Brüder. Ne? Und was hat die Mama dir noch erklärt, wie das mit dem Spielen ist? Dass der Batman noch ganz klein ist. Und wenn der größer ist, kannst du dann mit ihm spielen, wenn er dann so groß ist wie du. Ne? Weil du bist nämlich jetzt schon der Große hier bei uns. Du bist der Große. Ein großer Junge bist du. Und der Batman ist das Baby. Wenn es ein Batman ist. Ach, so süß. Es ist so süß, ne? Und wir werden es halt übrigens so machen, weil Mäuschen, habe ich das ja schon erzählt, ich weiß gar nicht. Wir müssen ihn auch noch wiegen und so. Und, ähm, wir wollen jetzt Mäuschen ihn nicht wegnehmen irgendwie. Und, ähm, Mäuschen muss aber heute eh mal raus. Und wenn sie dann rausgeht, werden wir ihn in der Weile, ähm, ja, wiegen und halt auch die Wurfkiste sauber machen und alles. Weil wir haben jetzt zwar frische Sachen draufgelegt und so und ein bisschen was Dreckiges raus, aber, ja, so richtig komplett mal oben für den Schatten machen wir dann, wenn sie halt mal raus muss. Was hast du zu deinem Problem, mein Freund? Hallo. Ach, du wirst mal was, Fingernägel. Ne? Bleibst du sitzen? Ja, ne? Lila, die Kamera. Ah, meine Haare. Meine, deine den Zug. Haare mit dem Zug und zählen, fangt sehen, kommt ihr mit mir, das wäre schön. Eins, zwei, drei. Vier, fünf, sechs. Sieben, acht. Neun, zehn. Danke mal. Wuhu. Gibst du dir, Mama, fünf? Gib mir fünf. Ja, fein, super. Gibst du mir fünf? Ja, fein. Großer Junge. Ein großer Junge. Guten Morgen. Ja, ich bin mit dem Kind eingeschlafen. Kann ja mal passieren, ne? Haben wir zusammen geschlafen? Haben wir. Papa hat übrigens ein Aufräum-Wahn. Warum eigentlich, Schatz? Na ja, ich bin voll in Sonntagsstimmung und muss mir irgendwie den Schlaf von gestern nachholen. Ne? Du siehst gut aus, aber wir müssen dich erst mal waschen. Schlaf, ne? Schlaf gegen Kekse. Na? Also, so eine Knusper-Schnitten. Äh, und mittlerweile knuspert das auch richtig mal mit den zwei Zähnchen, ne? Dann macht's mal. Aber ist natürlich blöd, wenn nur unten Zähne sind, ne? Dann beißt es immer so schlecht. Eigentlich müsstest du eine kleine Wanne, mein Schatz, so wie du ausschaust, wenn wir heute abends baden gehen. Hm? Was ist der Papa, der in der Küche Lärm macht? Der räumt einen Geschirrspüler aus. Naja. Okay, und er schmeißt mit Besteck um sich. Ja, nee, aber bei mir ist, wie gesagt, so ein typischer Sonntag. Vor allem, das hab ich erst grad festgestellt, heute ist ja Faschingsumzug bei uns. Schatz, ist dir das eigentlich bewusst, dass heute Faschingsumzug in Schürgeswalde ist? Ja. Ich hab's total vergessen, wollten wir doch nie ursprünglich mal hin mit dem Kind. Wir haben bald ab die Leute gefragt, ob sie extra für ein Schmücken müssen, aber nicht. Ach so. Nee, ursprünglich wollten wir hin, aber irgendwie ist es bei mir komplett in Vergessenheit geraten, durch jetzt die Aktion mit den Hunden, ne? Aber nächstes Jahr, geh mal. Na, nächstes Jahr kriegst du das auch besser mit. Dann gehen wir zum Faschingsumzug. Ja. Und dann ist ja auch in der Kita Fasching und sowas dann nächstes Jahr, ne? Da brauchen wir ein tolles Kostüm für dich, mein Schatz. Ein Stinktier. Ja, ich wollte ja ursprünglich dieses Jahr schon so ein Stinktierkostüm für Babys, aber nächstes Jahr machen wir kein Stinktier. Nein, dann bist du in der Kita, dann müssen wir was Cooles machen, damit du der coole Arti bist. Übrigens beim Krabbelschnuppern Nachmittag, ähm, ja. Zuerst war Arti ein bisschen, ja, zurückhaltend, ne Schatz? Mhm. Ja, und dann hat er irgendwann Arne getroffen. Und irgendwie fanden die sich cool. Die haben den... Was war das für ein Vieh, was die zusammen zertüdelt haben? Ja, das war so eher ein Käfer. So ein Käfer irgendwie haben die dann sich zusammen vorgenommen, keine Ahnung. Ja. Und dieses kleine schadenfrohe Etwas, das hier, hat dann, weil ein größeres Mädchen, hatte dann von den Babys den O-Ball und so, äh, sollte dann nach Hause gehen und sollte den O-Ball dem Arne wiedergeben und da geht sie hin und wirft den O-Ball auf Arne. Und was macht das Kind? Meins? Unseres? Lacht. Ne? Du bist ein kleines schadenfrohes Ding. Ist genauso, wenn im Fernsehen Skifahren läuft und einer sich hinlegt und fällt, dann lacht das Kind. Ne? Du bist ein Frechdachs. Ein Frechdachs bist du. Ein Frechdachs. Ein Frechdachs. So, ihr seht mich heute nur total so, ne? Aber egal, wie gesagt, es ist Sonntag. Wir waren jetzt gerade nochmal unten beim Baby, weil wir haben jetzt die Wurfbox nochmal sauber gemacht. Also was heißt nochmal jetzt überhaupt erstmal, ähm, und haben uns jetzt das erste Mal getraut, ähm, Mäuschen und den Kleinen da rauszuholen. Mäuschen wollte auf partout nicht raus, auf jegliches Rufen und so. Und dann haben wir gesagt, gut, wir nehmen den Kleinen und nehmen sozusagen den Kleinen inklusive Mäuschen da raus. Äh, und man merkt, dass sie wirklich um dieses eine Baby so Angst hat. Also es hat auch nur ihr Herrchen, also, ähm, Robber gemacht, weil wir haben gesagt, bei jedem anderen wäre das Blödsinn. Er hat, äh, mit Hand schon einen Kleinen erstmal genommen und ist halt mit Mäuschen sozusagen raus, aber sie war total aufgeregt und so und ich hatte scheinbar echt Angst, dass man ihr das Baby wegnimmt. Irgendwie, keine Ahnung. Ich habe in der Zeit schnell alles, das alles Dreckige rausgeschmissen und, äh, neu alles ausgelegt, dass es einfach sauber jetzt ist. Und ja, dann haben wir auch nach einer Minute oder so dann gleich wieder, ähm, ja, den Kleinen reingelegt und Mäuschen ist hinterher und so. So, und jetzt leckt sie ihn ab und, ja, kümmert sich wieder ganz rührend. Ja, also es ist eine Löwenmami. Aber ich denke, das kommt auch ein bisschen erstens, weil halt einfach, ähm, ja, die anderen sonst keine Babys da sind. Ähm, ich glaube, sonst kriegt die Mama das nicht ganz so, äh, nicht sofort zumindest mit, wenn man so ein Baby da mal rausnimmt, weil halt einfach noch genügend andere da sind. Aber, ähm, ja, wir haben jetzt auch noch nicht geschafft, ihn zu wiegen oder irgendwas, was eigentlich wichtig wäre. Aber nein, das wollen wir jetzt Mäuschen erst nochmal nicht antun. Und wir warten jetzt auch noch ein bisschen. Ich meine, und man sieht, er trinkt ja. Also wir sehen ja, dass er regelmäßig dranhängt und wirklich trinkt und so. Und, und ihm geht's gut. Also, Romme meint auch, er ist schön warm und so. Also, alles gut, ne? Also ich sag immer eher, aber wir sind uns ziemlich sicher, dass er ein Junge ist. Aber wir wissen es noch nicht hundertprozentig. Wir haben jetzt auch nochmal geguckt, aber, ja. So, ich werde jetzt, ähm, das machen, was ich eigentlich schon das ganze Wochenende machen wollte. Ich wollte, ähm, für das Da-Wander-Zeug Bilder machen von den Häkel-Sachen, die ich schon fertig habe, sozusagen. Ähm, und, ja, einfach für diesen Flyer, den ich noch machen will, den ich dann in die Pakete mit reinlege. Daran scheitert es nämlich im Moment noch an den Flyern und an verschiedenen Aufklebern, die ich fürs Verpacken brauche, dass ich das dann jetzt alles mal reinstellen kann. Und das wollte ich jetzt fertig machen, dass ich das spätestens morgen alles bestellen kann. Und, dass das dann bald da ist und dass ich dann auch mal alles hochladen kann. Und dass es dann mal losgeht. Ja, so der Plan. Gut. Babysitzen, Papa und den Jungs noch unten. Und ich mach das jetzt. So, bei uns steht grad Baden an. Hinter der Kamera sind meine Männer. Ne? Da guckt mich einer aus der Wanne raus an. Und ich geh auch gleich baden, weil, äh, ja, ich hatte grad das Kind, bevor ich es in die Wanne gelegt habe, äh, gesetzt habe, äh, nackig auf dem Arm. Und was macht der Herr? Die machen von unbesunden Anpullern. Ne? Naja, da geh ich dann auch gleich in das Wasser, wenn meine Männer raus sind. So, jetzt läss ich jetzt hier schon der Bademantel bereit. Und hol mal dich jetzt mal raus. Kommst du jetzt raus? Mein Schatz. Ja, ne? Gut. Hol mal ihn. Und da ist das Baby. Ja, in deinem Tiger-Bademantel. Schick schaust du aus. Ne? Hier. Ja. Schaut, hier oben ist auch noch ein Tiger-Kopf drauf. Ja. Ne? Boah. Es greift an. Hilfe! Hilfe! Krümel, das kannst du nicht machen, die war teuer. Wenn die kaputt geht. Nein! Planänderung. Ich geh doch nicht jetzt gleich in die Wanne. So, mein Kind kriegt jetzt erstmal Essen. Wir sind ja nämlich allgemein sehr zeitig mit allem dran. Also der hat auch heute früh sehr, sehr zeitig schon Frühstück bekommen. Und dann gab es natürlich dann auch zeitigen Mittag und zeitiger Kaffee und ja, wie das halt so ist, ne? Und ja, deshalb kriegt er jetzt gleich Abendbrot und da mein Mann noch in der Wanne sitzt und sich noch fertig machen muss, dann gebe ich dem Zwerg jetzt erstmal Abendbrot und dass er dann ins Bett fliegt. Bis wann kocht man eigentlich das Wasser ab? Ich glaube, das hatte ich euch schon mal gefragt. Kann das sein? Ich weiß es gerade nicht. Also ich werde es noch eine Weile so machen, da ich es immer abkoche, aber beziehungsweise nehmen mittlerweile auch viel normales stilles Wasser, was man einfach so zum Trinken kaufen kann in Flaschen. Und ja, das geht ja dann auch. So, bei uns gibt es heute abends Riesbrei mit Kirsche, Banane, Apfel, Quetschi. Ja, so, ich mache das jetzt und dann kriegt der Kleine erst mal was zu essen und dann geht es ins Bett für das Kind. So, ihr Lieben, wie man sieht, ich war immer noch nicht baden. Ich habe jetzt erstmal den Jungs unten was zu essen gemacht. Was heißt, was zu essen gemacht? Ich habe eine Pizza und eine Fertiglasagne in den Ofen geschmissen und den runtergebracht. Jetzt habe ich, also parallel hatte ich noch für mich und meinen Mann Pommes und ein paar Nuggets in den Ofen geschmissen. Die sind noch nicht fertig, aber mein Mann ist eingeschlafen, weil er das Kind ins Bett gebracht hat. Ja, jetzt habe ich wahnsinnig viele Pommes und Nuggets im Ofen und mein Mann schläft. Naja gut, wir gucken mal, vielleicht wird er dann auch nochmal munter. Ich habe bis gerade eben noch am Rechner gesessen, noch an dem Flyer getüftelt. Ich bin noch nicht hundertprozentig zufrieden, aber ich glaube, das werde ich heute auch nicht mehr. Deshalb lasse ich es jetzt einfach. Ja, so und das war der erste Tag von den 10 Daily Vlogs. Eigentlich ein ziemlich unspektakulärer Tag, außer halt das mit Babyhund und so, ne. Aber, ja. Gut, morgen geht es dann weiter. Ich muss mal gucken, ähm, äh, ich werde auf jeden Fall morgen früh relativ zeitig anfangen zu filmen, weil ich habe 3,25 Uhr morgen einen Zahnarzttermin und da zieht die mir mein Weisheitszahn hier oben. Und danach habe ich keine Ahnung, wie es mir geht und ob ich noch Lust und Laune habe zu filmen. Deshalb muss ich mal gucken. Ähm, ja. Gut. Gut, dann haben wir den ersten Tag geschafft. Check. Okay, ihr Lieben, wir sehen uns dann morgen. Bis dahin. Ciao.